Ja, jetzt sind wir auf einer Aloe Vera Plantage. Da hinten werden sie angebaut. Mit halbem Pimentol. Tja, so genaue Fachkämpfer kann man das nicht abgeben. Ein Trauerzeug, der sich mit Heilpflanzen auskennt, das wisst ihr ja. Und ehe ich jetzt was Falsches erzähle. Aber, wir haben hier so ein schönes Getränk. Extrakt der Aloe Vera. Mal gucken wie schmeckt es. Okay, es schmeckt nicht. Aber es wird wohl gesund sein. Das schmeckt nach Zwiebel. Also mir schmeckt es nicht. Da ist auch eine schöne Plantage hier. Blüht jedes Jahr die Aloe Vera im Gegensatz zur Agave, die nur einmal in ihrem Leben blüht. Hier sehen wir auch noch wie schön das alles angebaut wird. Garantiert Ihnen, dass dieses Produkt aus rein kalt gepresstem Aloe Vera Pflanzensaft besteht. Sämtliche Pflanzen kommen aus ökologischem Anbau der Ganarischen Insel in Verbindung weiterer Zutaten mit Aloe Vera. Erwerben Sie ein Produkt? Werbung. Na gut, das reicht dazu zur Aloe Vera.